Moin moin und herzlich willkommen zur zweiten Folge von NBA 2K19. Nachdem wir unsere Reise in China gestartet und uns durch die G-League gekämpft haben, stehen wir heute nun vor unserem ersten NBA-Spiel gegen die San Antonio Spurs und gegen unseren Rivalen Markus Young. Viel Spaß! So, da sind wir wieder, dann wollen wir mal das Spiel starten. Ich schlage Markus Young und die Spurs. Ich versuche es. Bin immer gespannt. Oder erstes NBA-Spiel. Gucken wir mal einen Schlag. Ich habe diese ganze G-League-Math-Ends-Sache, habe ich alles. Es gibt, weil es interessiert eh keinen. Erste NBA-Spiel, das ist viel wichtiger. Da sind sie wieder, Ernie Johnson. Dann wollen wir mal. Da ist er. Da ist er. Ja. So, dann wollen wir ihn mal zerstören. Versuchen jedenfalls. Ja, boah, gib mir nochmal. Fällt euch das Video, dann zeigt es und lasst ein Like. Schade. Beide Punkten. Der kann nicht reingehen. Der kann nicht reingehen. What? Da ist er. Da ist er. Da ist er. Wir haben ein Update hier, so let's catch up with David Aldrich. Thanks, Kevin. Greg Popovich, I did speak a few minutes ago. Nein, doch. The NBA game drawing fans from every culture. And Pau Gasol definitely feeling the love from the Spanish and Latino community. Always notice the fans. The game going global, and no better ambassador than Pau Gasol. And as the players grow more international, fans from every country and continent, for that matter, finding more and more reason to root for the NBA. I'm going to show you how to use an Fassel-Modus. We're in store for a more technically contested quarter, as we move here into the second. And taking a look at the Lakers' performance here, what have they been doing or not doing in the game? So far, they've been active, scoring the basketball, built up a little bit later. Whoa, rejected! Well, when you come out in the first quarter with that kind of offense, obviously the game plan. Well, I'm not going to show you how to do it. Well, I'm not going to show you how to do it. Let me go through here. 1.14 left to play in the first quarter. And there's the foul. It'll go on AI. Damn! That is his first foul of the game. And you're going to go there. Yes! Well, he's having a night right now. Credit to the shooting touch. Helping his team with the lead. Yes! He's having a night right now. Oh! Oh! There's just no stopping Young when he's hitting like this. The basket just seems as big as the ocean to him. Ingram a screen on Young. AI passes to Ingram and slam dunk by Ingram. Yeah. I mean, maybe he could have tried for a more memorable dunk than that one. And we know he's capable of those memorable ones. And Young kicks to Aldridge. Marcos. Green, the screen. Off the screen. Oh, Enron. And one. A three-point play chance coming up. And they keep hammering away at him inside, forcing the ball into the paint. And he'll be shooting his first free throw of the game here. Yeah, it's good to see him with this free throw percentage up over 80. And such an important contributor to his team's success over the years. It's amazing that Green was a second round pick. Come here at the big school at that. And some guys just have a no score. 20 points. How much did he have here? Der Markus da. Well, on the defensive end, this is a joke. The lack of awareness is exactly why this team is so far behind. You know, effective from the interior. Young is someone who looks to score, once he's that close. Back to AI. Here's Lopez. Wollt ihr noch mehr sehen? Dann lass dein Abo da. Das ist noch, das ist noch letzte Saison. Okay. And I love the game plan in that first half. They really value each possession. Efficient so far with the shots that he's taken. His contributions have been fantastic. Woohoo! Schöner da. Inside it's the veterans. Aldridge and Gasol. Young is out there with Green. And it's Anderson in at the three. The small forward. When it comes to veteran players brand on a team, what characteristics make for a good leader for a bunch of young guys under. Ohhhh! Was war das? Ich hab gedacht, du hast jetzt Rivian rein. One of the most important aspects to think about is that, those veterans have a lot more impact if they're still part of playing minutes for a coaching staff. they're ат分 noch mal наis, ouhh, yeah? Histens in ät гдеaren 4-5 Monate in the season with an old player telling you how to do. And only get a chance to see if you get it during practice or.. him pointing it out on film when you're playing doesn't have as much of an impact. That doesn't resonate as much. Wenn ein Mann 15 Minuten am Nacht bekommt, und du siehst ihn als junger Spieler aus der Bench zu sehen, und sagst, wow, alles was er mir auf meiner Liste gesagt hat, er hat alle die Boxen gecheckt. Warum geht er nicht rein? Das darf doch nicht wahr sein, Alter, der trifft jeden Schuh auf, ey. Jawohl, gegen den Pickman durchgesetzt. Popovich. Kyle Kuzma comes in for Brandon Ingram. Kuzma. Ja. Rommel Renner. Oh. Ja. 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 Rommel, sehr gut. Oh, Paddy Mills macht ein wichtiges Jungs. Ey, das gibt das nicht. Das wollte ich gar nicht, aber gut. Das war's. Oh, das war knapp. Oh, das war knapp. Oh, das war knapp. Oh, das war einfach. Ich hatte ihn zuerst. Oh, das war's. Asthärmisch hat auch zuerst. Oh, das war nicht. Das war nicht. Ja, das war er. Oh, der hat vorige Schatz. Oh, das war's. Ja gut. Wooh! Schnell, schnell, schnell! Ja! Fast 30 Punkte Vorsprung, das ist gut. Wo ist die Angler, Manni? Na, wo ist er? Und besser als du. Yes! Das ist, was ich spreche. Das ist, was er kein Problem. Das ist, was er zu tun. I'm sure they've had some issues in the past, but they must have put things behind them. The team up together now, here in the NBA. Und ein Tremendes Unleashed Chaos Replay kommt von Under Armour, Hover Hattel. 7 Sekunden difference, Schott und Game Clock. Kuzma mit der Schreie für Ball. Für Murray. Und eine andere Baskette für die Lakers. Das ist ein Gefühl, das Ball spielt, das wirklich von so vielen anderen Spielern. Er findet super viele Möglichkeiten hier, um die Lakers zu scoren. Weho, Glück gehabt. 1.35 noch. Wow, ich komm rein, außerhalb. Wow, jetzt hat er gebracht. All right, everybody, huddle up, huddle up, huddle up. Hey, keep it tight. Don't let up on Marks, you got that? Yeah, we clear. I understand. All right, man. Now look, let's bring this W home. Bring it in. Let's do it. Ready? Ready? Hey, Jungs, wir führen mit 30 Punkten. Na gut. Komm jetzt. Yeah. Look at the clock. A little under three and a half minutes gone here in the fourth. To Corey. Hey, roll du. Die lassen einen jungen Denk spielen. Double, double hat er. Das habe ich mir gekriegt. Ach man, Lou Wharton schüttelt den Kopf, obwohl wir mit 30 führen. Möi. Möi. Oh, Tui. Joe Hart. Josh Hart. Nah, man, die sind drauf. So. And what a tremendous standout performance it was for AI. I really liked the ball movement all night long. He was excellent at setting a table for his guys' table for four. Dang out there with Hart. Then it's Contavious Caldwell Pope. Then it's Ivica Zubac. And it's AI in at the one spot. That's who's in the game for the Lakers. Und es ist nicht schwer, dass AI in den NBA-Uniform nicht erinnern sich, dass das große Dunk er hat, während er in China gespielt. Ich noch nicht erinnere das Spiel, dass es viral ist. Ja, Greg, er war der Talk-A-Basketball. After pulling off that Dunk, das hat ihn tatsächlich geholfen, zu den NBA-Bestart zu verändern. Es ist unglaublich, dass ein Dunk-Kann-Karriere kann. Der left-sit-Wing-Levner hat. Oh, das ist ein Barsch. W für uns. Yes! Ich weiß nicht, warum das Spiel immer in diese kurze Zeit einfließt. Und so ist es die Lakers, die Arbeit zu machen. Yes! Hey, Big Toon! Hey, ich dachte nicht, dass ich dich hier gesehen habe. Ich bin hier als Fan, nicht als Scout. Danke für den Show. Hey, Mann, so was du denkst? Am ich noch nicht rum? Hey, das ist nur das Anfang, Mann. Aber du hast viele Teams zu wählen von dieser Sommer. Ich werde sicher sein. Willkommen in der NBA. Hey. Thanks, buddy. Thank you. Thank you. Yeah. Free Agency. 2018 ist eröffnet. Jetzt kann ich mir ein Team aussuchen, ne? Uff. Top-Spieler, New York, Knicks. Wahrscheinlich spielen wir alle 5 Minuten, 5 Minuten, 7. Also, das sind meine Optionen. Puh, also. Phoenix Suns, Devin Booker. Aus Angels Lakers würde ich mit LeBron James, mit dem Goat spielen. LeBron James. Das größte Interesse an mir zeigen, die Phoenix Suns. Ich schließe mich LeBron an. Nice. 2K19 Prelude. Uh. War eine gute Geschichte, muss ich sagen. Gut, ihr habt nicht alles gesehen, aber ich habe alles gespielt. Und ich muss sagen, das ist denen echt gelungen. Mal gucken, wie es weitergeht. Okay, ich würde sagen, das war es mit der zweiten Folge von NBA 2K19. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.